Und jetzt für euch aus Thüringen. Der Abschluss heute vom Jugendblock, den macht der Max Reschke vom jungen Bioland. Hallo! Als Imker gehe ich schon seit sechs Jahren auf diese Demo. Die ganze Nation weiß vom Bienensterben. Und was ist passiert? Wir haben einen Landwirtschaftsminister, der keine Ahnung auf seinem Gebiet hat. Der aber Glyphosat und damit Monsanto ein Greifahrtscheid vor dem gesamten EU-Erteil. Das habe ich gesagt! Wisst ihr, was ich noch gesagt habe? Dass junge Menschen oft nur eine Zukunft auf dem Land haben, wenn sie als Landwirtschaft in einer Agrargenossenschaft oder als Arbeiter in einer Massenanlage arbeiten. Man sagt, als junger Mensch stehen dir heute alle Türen offen. Das stimmt. Bis auf eine. Und das ist die Tür zum eigenen Hof und Land. Das habe ich satt! Wisst ihr, wer beim Kauf vom Land zum Zuge kommt? Nicht der, der das vielfältigste Konzept anbietet. Auch nicht der Kleinbauer, der seine Existenz aufbauen will, weil der nämlich nicht als richtiger Bauer gilt. Auch nicht der naturnahe Landwirt, weil der oft weniger produziert und als unproduktiv gilt. Der, der die meiste Kohle auf den Tisch haut, der Mais, Raps und Weizen in Folge eine Fruchtfolge nennt, der bekommt den Zuschlag. Das habe ich satt! Sehr geehrter Herr Schmidt, Sie können freundlich in eine Kamera lächeln und nebenbei noch ein Würstchen essen. Sie haben ein offenes Ohr für Großkonzerne. Sie können ihre Papiere vortragen. Aber eins können sie nicht. Und das ist Landwirtschaft! Sie wollen eine Stimme der Landwirtschaft sein. Dann muss Ihnen auch bewusst sein, dass für eine Zukunft der Landwirtschaft auch eine Zukunft für junge Menschen gehören. Denn eins steht allemal fest. Alles, alles ist attraktiver, als der Kampf, den junge Menschen oft auf den Land führen müssen. Für ihre eigene Zukunft. Ich führe in Thüringen eine Bioland-Imkerei. Eine kleine Bioland-Imkerei. Und wir Imker haben riesige Probleme mit der Varroa-Milbe. Das Letzte, was wir brauchen, sind Spritzmittel, die nur auf dem Papier bienenfreundlich sind. Wie kann es sein, dass Konzerninteressen Vorrang haben? Wie kann es sein, dass Wildtiere, Insekten und überhaupt die ganze Natur keine Bedeutung haben, sobald auf Kosten derer Geld verdient werden kann? Neonicotinoide, Glyphosat und der ganze Scheiß. Ihr seht euch den Ast ab, auf dem ihr selber sitzt. Wir haben nur diese Welt. Macht sie nicht noch mehr kaputt! Liebe, wir haben es, sagt Emo. Nicht weit von hier sitzt er. Lieber Herr Schmidt, legen Sie Ihr Amt nieder. Geben Sie den Weg frei, damit Wildbienen und andere Insekten nicht länger süssisch-malstisch getötet werden, Böden vergiftet werden, die Landwirtschaft zur Wüste wird. Geben Sie den Weg frei, damit meine Generation noch eine Zukunft in der Landwirtschaft hat. Damit Sie überhaupt noch eine Zukunft auf dem Land haben. Vielen Dank! Wir haben es satt!